Bei der Probenentnahme nehmen wir Abstriche aus Rachen und Nase. Für den Rachenabstrich schieben wir ein spezielles Wattestäbchen in Ihren Mund bis zur Rachenwand. Durch Wischen nehmen wir mögliche Viruspartikel von der Schleimhaut auf. Das tut nicht weh, kann aber kurz etwas unangenehm sein. Für den Nasenabstrich müssen Sie sich erst schnäuzen. Dann fahren wir mit dem Wattestäbchen kurz in beide Nasenlöcher. Auch das tut nicht weh, kann aber kurz etwas drücken. Fertig. Das Ganze dauert nur etwa 2 bis 3 Minuten. Ja, das ist das Ganze. Das Ganze dauert nur für mich. Wir beenden... Untertitelung des ZDF, 2020